Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Challenge-Tag von mir. Heute habe ich mich für den Räum-deinen-Schreibtisch-Auftag entschieden. Jeder ist da ja anders gepolt. Einer findet das kreative Chaos gut und nutzt die Fläche auf dem Schreibtisch und hat allen möglichen Kram dort stehen. Und wenn dann gar kein Platz mehr ist, bekommt ja manch einer einen Rappel und räumt sozusagen alles auf, zum Beispiel einmal im Jahr. Andere Leute sind natürlich ein bisschen anders. Die sind sozusagen Ordnungsfanatiker und alles hat seinen Platz und wird auch alles gleich weggeräumt. So hat jeder seine Methode, seinen Schreibtisch zu gestalten. Ich finde, es tut auch mal ganz gut, einen Schreibtisch aufzuräumen. Aufräumen tut der Seele auch gut. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal.